Hallo liebe Sportfanatiker und herzlich willkommen bei M&M Sports. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde uns natürlich sehr freuen. Und heute sprechen wir über die neue Red Bull Salzburg Verpflichtung, Lukas Guarnadouas. Lukas Guarnadouas, das 18-jährige Talent aus Frankreich, wechselt zu Red Bull Salzburg für 13 bis 15 Millionen. So einen Transfer hat es in der österreichischen Bundesliga noch nie gegeben. Kein Verein hat jemals so viel für einen Spieler bezahlt. Guarnadouas ist ja vom französischen Klub Saint-Étienne gekommen. Und der französische Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 30. Juni 2027 bekommen. Ja, und Salzburg kann sich natürlich diesen Transfer leisten. Sie haben ja diesen Sommer schon über 70 Millionen Euro eingenommen. Und Lukas bringt auch große Erfahrung mit. Er hatte ja schon in League 1 in Frankreich 61 Einsätze. Durchrief auch sämtliche Nachwuchsteams in Frankreich und ist sogar noch aktueller Kapitän der französischen U19-Nationalmannschaft. Und wird bei Red Bull Salzburg mit der Nummer 27 auflaufen. Ja, und der Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund, hatte noch ein paar Worte zu diesem Transfer. Er sagte, mit Guarnadouas konnten wir ein absolutes Top-Talent verpflichten. Er ist auch der französische Kapitän der U19-Mannschaft. Er hat mit seinen 18 Jahren bereits 61 Spiele vorzuweisen, was schon sehr außergewöhnlich ist. Und trotz vieler Interessenten aus ganz Europa hat er sich für Red Bull Salzburg entschieden. Das zeigt, was wir mittlerweile für einen Namen in ganz Europa haben, für Top-Talente. Und wie jeder neue Spieler, wie jeder junge neue Spieler, werden wir auch ihm die nötige Zeit geben, sich einzugewöhnen. Ja, und Lucas sagte, ich bin sehr stolz und glücklich, bei solch einem Verein unterschrieben zu haben. Ich habe gute Gespräche mit den Verantwortlichen und Trainer geführt und spüre ein großes Vertrauen in mich. Man findet hier ein sehr familiäres Umfeld, wo auf junge Spieler gesetzt wird, wo man sich auch in der Champions League beweisen kann. Vor dem Transfer habe ich mich mit einigen französischen Landsleuten ausgetauscht, die nur Positives über den Klub gesagt haben. Jetzt freue ich mich, den Verein, das Stadion und die Fans hautnah zu erleben und hoffentlich mein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Zum Abschluss, warum wir denken, dass Red Bull Salzburg diesen Spieler, dieses große Talent verpflichtet hat. Der Top-Spieler von Red Bull Salzburg im Mittelfeld, Kamara, wird wahrscheinlich diesen Klub bald verlassen. Er ist ein sehr gefragter Mann. Daher haben sie, glaube ich, auch diesen Spieler verpflichtet. Er ist ja im Mittelfeld im defensiven Zuhause und wird sicherlich in Zukunft Kamara sehr, sehr gut ersetzen können. Man wird sicher in Zukunft sehr, sehr viel von diesem Jungen, von diesem großen Talent hören. Wir sind sehr gespannt. So, das war es mit diesem Video zu Lucas Gonadouas, das 18-jährige französische Talent, das zu Red Bull Salzburg gewechselt ist. Und hiermit sagen M&M Sports wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017